Er ist mein kühles, kühles Bad und ein warmes Bier. Ja, ich dachte auch gerade, du sagst jetzt irgendwas mit Bier. So, jetzt haben wir die ganzen Dinge erforscht hier. Ich hab kein Order mehr, doch, ich hab noch einen Order. So, Ethereal Blooms. Wie geht... Ach, krass, Schimmerleaves in ein Crucible. Hau mal raus, Junge, wie macht man ein Crucible? Scheiße, ich bräuchte nochmal Hilfe. Hier beim Monster töten. Ich versuche hier zu bauen und andere und töten mich. Warte, ich komm, Rufen. Es ist halt einfach so, dass ich hier bauen möchte und dann kommt und schießt mir in den Rücken. Ah, fuck, ich muss meine Rüstung wieder anziehen oder ausziehen. So, ich seh gar nichts hier unten, Alter. Das wird sich bald ändern. Hä, weil das ist so schlecht. Ach, die Nachtsicht-Funktion an, Leute. Ja, es geht mit Schäden nicht, glaube ich. Ja, wow. Wahnsinn. Warte mal, wie die Nachtsicht, Alter. Oh, nee, nicht droppen. Die Musik, was ist das hier schon wieder? Mother Pluckin' Bee. Wat ist... Wat? Okay. Erwe, ich glaube, du kriegst das alleine hin, oder? Ich... Ich zieh das wieder. Ich zieh das wieder. Und jetzt habe ich so die ganzen Waypoints hier. Das ist natürlich ein bisschen... Na ja, ich mach die alle auf. Bis auf die wichtigen. Na ja, aber die sind ja trotzdem in der Liste drin. Ja. Ich habe alle Waypoints immer auf. Ich tue... Ach, ich wollte jetzt mal diesen Kessel da machen. Genau. Du musst das machen, besser im Freien. Wenn du da was machst mit dem. Das wäre echt das absolute Highlight, wenn ich dann mal dieses Vila-Biom wenigstens ein bisschen zurückbringen könnte. Das wäre der Oberhammer. Wie macht man das Ding überhaupt? Aua! Oh, Creeper. Alter, Junge. Schreckt mich nicht so. Seitdem noch da? Nee, ich bin alleine. Schauen wir schon. Crucible. Läuft. Fuck. Als ob. Ähm, Herbert? Diesen Crucible kriege ich, wenn ich einen Caller nehm und dann diesen Iron Cap nehm, ne? Ja, genau. Okay. Oder den ganz normalen, den ganz normalen Zauberstab. Ups, oder? So, keine Ahnung mehr, wie das ging. Ich kriege es vielleicht hin. Nein, Iron Cluster. So, ne? Ja. Ein Herbert, aber den kann ich auch drin machen, oder muss ich da auch rausgehen? Den Caller kannst du drin machen. Aber ich würde das andere Zeit draußen machen, weil wenn du dann nachher das Wasser entfernst, ähm, die ist halt so, die ist halt auch oben verpufft, so. Und dann, normalerweise, hab ich halt schon an den Denken oder so. Okay. Also wenn du mit Rechtsklick, äh, mit dem Zauberstab geschiftet, dann fährst du das Wasser, wenn da wieder überschlusst das Zeug drin ist. Und du musst halt Sachen reinwerfen, also irgendwelche Items, die sozusagen die Aspekte in sich tragen, damit du da ins Aspekte reinwennst. Echt krank. Kranker Shit, ey. Krass. Okay. So, warte mal, das kann ich mal hier abmachen. Ähm, warte, ich werde mal ein bisschen Zuckerrohr entlassen, um meine Bibliothek mal ein bisschen voranzutreiben. Jemand hat die Tür aufgelassen. Und was? Weiß ich nicht. In meinem Haus. Ich nicht, oder gar nicht das? Fred hätte ausbrechen können. Ich bin da rumgelaufen, aber, also, ich kann sein, dass ihr reinigt. Wahrscheinlich, ja, die geht nicht alleine zu, ne? Ne. Gut. Ja, da war ich jetzt wahrscheinlich. Du Monster. Die kannst du nur. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, krass, man kann, mit Thumbcraft kann man, äh, Herze verdoppeln. Herze? Verdreifacher. Natürlich. Nein, also Nuggets kannst du verdreifachen. Wie oft, äh, wie oft kann man so einen Division-Siegel benutzen? So oft wie es geht. Also, so, ich will nicht. Aha. Doch, hör auf. So, ich werde mal ein bisschen die Kühe noch mal ein bisschen mit Steroiden vollpumpen. Die freuen sich dann immer. Bisschen Glyphosat. Da läuft der Hase wieder. So. Ist das eigentlich schlimm, oder? Vielleicht. Oh, fuck. Ah, ha, ha, ha. Das Gratt, Krieg, der Sput geht wie die aircraft-L symhafte defence. Ups, da, ha, 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 ha. Und es sind, nicht, sind ein paar gestorben. Ruh. Ich wollte eigentlich nur gar kein Leder, ich wollte eigentlich erst mal. Naja. so wie mit den Jungs das freut mich und er im Herberg welchen Ring brauche ich zum fliegen ein Kölner ja welchen davon es ist egal wie er hat er dann alles aus so werden und ich will noch nicht mehr verleten bitte schön sein und Musiker ließen die ab warum wenn man muss die Brille Superbomba-Man das ist die Idee das ist der Wissen in Erinnerung ich glaube schon dass es das so die meisten Spiel die offens es sind hier ist also es ist ein Internet in der System auf ausgaben die heißen dann super ne okay Super Mario ah ok diese Zusammenhänge habe ich auch noch nicht geschnallt Konrad hast du auch Melon? Melon ich hab alles hab ich äh jona ich hab Melon zwar eine ganze Menge ok dann komm ich mal zu dir Herbert haaa Kunden habe gekauft ne so besser so ich hab auch nicht so viel so ah komm ich mach dir das mal echt diese Warded Chars Chars da kann man dann so Zeug rein rein machen so warte jetzt wollte ich aber diese Ethereal Blooms Schimmerleafs haben wir sowas? ne ne ich hab 5 Schimmerleafs was krass dann probiere ich das mal direkt aus also wegen das schaffen wir nicht das wäre der absolute Oberhammer ach du scheiße ich guck mal da mit dem nächsten Trial an mein Name ich kann das gar nicht lesen jetzt Schimmerleafs often overshadowed by Gott it's mist kennen wir auch nennen Gott man kann die Bücher gar nicht lesen mit der Schrift der Herbert was ne ne irgendwie ist das bisschen komisch ja und du sagst also ich muss dann sozusagen die Schimmerleafs in den Callrun schmeißen und dann andere Gegenstände die die Elemente enthalten oder was ne erst schmeißt du äh musst du die Gegenstände mit dem Traumometer inspizieren dann siehst du sozusagen wenn du mit Schiff äh Schiff rüberfährst ähm was sie in sich tragen ja 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 und dann musst du gucken dass du beim Rezept zum Beispiel beim Callrun brauchst du drei R ja 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 drei Wasser und drei Petition musst du gucken wie welche Gegend schon den reinschmeißen damit es nachher insgesamt drei R sind und sowas das ist ja lustig und dann kannst du irgendwann sein dass der Zopf überläuft bevor der überläuft musst du einfach äh Schiffrechte auf den Zopf machen mit dem Stab damit das sozusagen entleert wird das hab ich nicht verstanden aber werde ich dann danach musst du den Schimmerleafs rein schmeißen okay wenn das ist ich schätze ich habe auf okay ja klar wie lange nehmen wir auch jetzt schon hier auch eine Stunde jetzt kommen wir für Länge vor Tschüss 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 ich will das trotzdem probieren eigentlich will ich das nicht draußen machen muss ich sie naja du mach einfach ein Loch nach oben oder so das ist ein Loch in die Decke genauer drüber ach so du musst unter dem Crucible muss Lava oder eine Fackel passieren weil es noch eine Fackel ausreicht aber das musst du okay dann mach ich es auf jeden Fall draußen okay jetzt will ich gerne meine Thaumcraft Ecke da oben behalten das Ding und Lava da drunter oder was das ist ja bescheuert ja Lava da wird ja am besten weiß ich nicht ob sogar ein ein Block einfach nur oder was hä ja wird ein Block Lava einfach ja können wir schlafen gehen bitte ich hatte so ein bisschen ich hatte so ein bisschen ich hatte die nicht Ziegeln ne und das war active aber jetzt ist es irgendwie inactive keine Ahnung du musst halt mit einem Ritual aktivieren aber das war schon aktiviert als ich es hatte oh das sag mal hast du das mal im E-System genommen nein oder was was aber ist es hat so komisch geglänzt ach keine Ahnung wo ich dann kann man es angebaut oder ne hab ich nicht alles gut so so es reicht mir das mal reicht jetzt so dann muss ich da Lava rein weil es ist bescheuert okay man kann ein Cup machen das ist gar nicht Cup so ja ein Cup jetzt hab ich noch irgendwo Lava zuvieligerweise ne zuvieligerweise warte mal kann ich mit dem komischen Rucksack eigentlich auch die Lava direkt aus dem Tank saugen das wäre der Oberhammer der Oberhammer der absolute Oberhammer der absolute Oberhammer so guck mal was geht so was haben wir hier Suck Mode das klingt gut ohje ich kann nicht hoffen nein stopp 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 äh seems like nein es geht nicht okay jetzt ist hier Lava drin oh ich hasse mich oh scheiße egal ähm okay wir brauchen also erst Lava einmal das ist ja was auch was auch was auch ist schon wieder dein Ding vollgelaufen ne 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 bitte bitte die Dinger nicht umstellen weil läuft das voll das ist total scheiße ich weiß auch nicht warum das voll läuft also irgendwie klappt da was nicht bei mir ist das nicht ja das liegt daran das liegt an meiner Verkabelung da unten irgendwie das aber auch noch mal so mächtig alles hat alles für mich geschaffen ja genau der Raunik also hat wirklich so ich bin jetzt mal so leichtsinnig platzieren mal ganz kurz Lava hallo ähm ahja nein ich bin zu blöd wie sei das denn hier aufgesaugt gerade ich hab nicht gerade was umsonst gemacht Suck Mode ah ok oh Gott wie kann ich denn das durchwechseln oh das schön wie das denn nicht klappt hier oder was fuck ne wakos so wo ist mein Teleporter hallo 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 so also Helbert muss ich immer wieder neue Lava runter machen oder äh äh nö ok aber immer neue Wasser reinfüllen halt warte Wasser auch ich kann ja das Rottenflasche Magic Tello verwandeln ey ich weiß nicht was das bringt aber dann kann man White Tello Candle und kann Candles draus machen ok du musst mir jetzt nochmal erklären also ich hab ja jetzt diesen Tank so und dann möchte ich jetzt da irgendwelche Sachen reinschmeißen in welche Elemente du hast ihm gesagt ich kann auch wie Wasser du musst Wasser in den Topf reinmachen also in den Crucible ja ok das muss halt kochen durch die Lava da und da dann schreit also blödlich aus dann hat's solche Reine und da muss ich aber noch nicht aufpassen ne das ist überkocht ne da wenn das nichts oh Gott ist das kompliziert Cracked Stone Bricks oh ich kann ach so was aus einem Bone kann ich jetzt viel Bone Meal machen das ist bei mir heftig was wieso brennt es jetzt hier ähm wegen der Lava aber wieso ach nein ich kann jetzt alles verdoppeln das so ziemlich alle Buchstoffe wie Tintensäcke Glowstone verdoppeln und so warte mal jetzt muss ich da Sachen reinschmeißen warte jetzt muss ich mal kurz gucken Aua so also was brauchen wir brauchen 16 mal Pflanzen herbar können wir über unser Bestellsystem sehen was die Dinger haben ne scheiße aber so ein Oak Sapling hat doch bestimmt ne stelle ich mir gerade mal so vor haben wir noch gar nicht gescannt natürlich Glowstone so das kochen macht echt heftig Geräusche Peter so auch Slip� Perfekt der Pflanze oh super ähm Herbert und an welchem Moment muss ich aufpassen dass es nicht überkocht das siehst du wenn das immer höher wird oder so ne ich mein also muss ich jetzt wirklich in dem schnell hintereinander die Dinger alle reinschmeißen oder wie nein also ja das kannst du aber wenn das dann ab und zu gibt, wenn du länger wartest dann kann es hier Aspekte zu anderen Aspekten verbinden, so wie es normalerweise auch im Tableau ist. Oh Gott, das ist kompliziert, okay. Also wenn du das so lange wartest halt, ne. Prezentatio. Wo krieg ich denn das jetzt her? Guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Thumbcraft. Prezentatio. Es steht da auf der SRG-Mild auf. Eurobrim was hier. Oh, warte, Enderperlen? Alter, das ist ein heftiges. Ah, ne, der Warzen, das ist gut. Damit kann ich dienen. Wie viele brauchen wir davon? 16 Stück. Netherwarzen. Hab ich natürlich nicht. Klasse. Aber Enderperlen hab ich doch auch wahr, oder? Emmett, du hast ja noch genug Enderperlen, oder? Ja. Sind die in deinem ME-System ja, ne? Ja, oder auch in der Kiste bei der Fahnden. Ah ja, stimmt. Hab ich auch schon mal reingeguckt. Dann nehme ich gleich noch mal ein paar mit. Oh ja, ein paar sind. Loll. Wie die einfach direkt nachendet. Ja, ja, das ist halt alles. Okay, krass, danke. Scheiße. So kann man das auch ausdrücken. Ähm. Gut, fängt die Pläne von vorne an gerade an. Schmeiß immer mal ganz kurz die hier an. Die ja, Schwert braucht. So nice. So, fliegender Wechsel. Ähm, ab nach Hause. Achso, ich würde draußen bleiben hier. Enderperlen. So, einmal scannen, bitteschön. So, also haben wir Enderperlen. Davon brauchen wir nur acht Stück. Davon brauchen wir auch nur acht Stück. So, mal das Inventar mal sortieren. Oh, Leute, ich habe jetzt den flüssigen Tod erforscht. Okay. Was ist Sano? Was ist denn Sano? Sano? Das heißt doch Sano, oder? Ja. Hä? Ich habe einen Netherstar gekauft. Aber ich kann ihn nicht rausnehmen. Ein Netherstar. Ein Netherstar. Aber ich kann ihn nicht aus dem Dings rausnehmen. Milch brauche ich dafür. Oder Potion auf irgendwas. Oh Gott. Und Kuchen. Alter, also Herbert, Sano ist kacke zu bekommen. Milch. Ich brauche jetzt echt achtmal Milch. Ist doch echt ein Witz. Oh, ist zu kaputt. Aber wenn ich jetzt die Milch, also Milch, das heißt ich verschwende also auch meine Eimer, die ich da mit reinschmeiße wahrscheinlich, ne? Ja, ist wahrscheinlich. Also brauche ich jetzt nochmal, wie viele Eimer? Ich habe noch vier, also vier Eimer. Also viermal drei Eisen sind zwölf Eisen. Also ich will deswegen jetzt einmal probieren, jetzt einmal für die Aufnahme zur Erklärung. Ich will jetzt einmal probieren, ob man diese komischen Blümchen da machen kann. Wow. Scheiße. Hä? Ich kann keinen Nether... Keinen Netherstern nehmen. Ich crafte den, aber ich kann den nicht rausnehmen. Keine Ahnung. Das war nicht. Das war nicht. Nein. Haben wir nicht gerade meine Backzwecke backt? Hört ihr mich verarschen? Da steht Peaceful Mod... Oh... Mod... Mod... Only. Mhm. Dann kann man ja nicht craften. Ja, ist genau. Damit du... Damit du die halt nicht craften kannst. Du musst du die schon entweder... Dann musst du richtig holen. Scheiße, ey. Das ist ganz so ein Game-Mode gegen hier. Und wie komm ich jetzt am Ende? Was ist da? Ja, die musst du die jetzt auf die originale Art und Weise holen. Und das ist... Weiß ich gerade nicht. Wie das war. Äh, naja... Wizard halt. Das kannst du bei Herbert machen, Wizard. Geht fix. Was? Wizard kann ja doch bei dir an diesem Kasten da machen, oder nicht? Das hab ich nicht mehr. Ach, warum hast du die Amt gebaut? Weil die Schlange ich mehr brauch. Ja, aber wie wir. Oder nicht? Ich kann mal gucken, Herbert. Ich glaub, das zeigt noch irgendwo da. Ich wollt grad sagen. Ich wollt grad sagen, jetzt hab ich... Jetzt hab ich achtmal Milch. Ich komm mal zu dir, Herbert, ne? Äh... Wizard... Wizard... Re-en-Frost... Wizard-Prove. Das heißt, wir oben einfach mal aufstellen. Du-du-du-dup. Du-du-du-dup. Jetzt hab ich immer zu... Oh, mal. Jetzt hab ich acht... Ja, achtmal. Genau, genau, genau. So was brauche ich jetzt noch. Ey... Das ist so aufwendig, eine scheiß Blume zu kriegen, ne? Das ist echt, echt Witz. Ähm... Und dann Vitium brauchen wir noch mal. Achtmal. Wo ist denn das jetzt, Herbert? Ich baue's gerade. Er baue das noch auf. Ja, das ist... Best Sources. Ja, Junge, zeig an, wo ich das kriege. Sonst kannst du ihn für mich killen, ein bisschen, ein bisschen, so. Naja, hab keinen Bock zu. Ich baue das auf, dann musst du nur unten reinschlagen. Das macht er auch nicht. Fuck, wo ich kriege den jetzt wie Tium, Junge. Ich frage mich, wieso... Wieso das Internet bei manchen Dinge das ansehen? Aber man kann schon mal, äh... Ne, ja, schwirma, aber... Schwirma in der Mitte hin. Und den Mittleren einfach nicht draufsetzen. Okay. Ah, so. Ach, da... Netherrack, ach, guck an, okay, also, brauche ich Netherrack. Okay, wenn ich neben mir nicht verguckt habe, brauche ich... Netherrack. Habe ich kein Netherrack? Ach, doch, gut. Und den letzten, weiß jetzt nicht, ob... Ob ich jetzt ausbrechen kann. Ich kann sein, dass er ausbrechen kann, warte. Warte mal, ich stelle mich mal daneben und kein mit, falls er ausbrechen kann. Äh, und den letzten, ich muss aber irgendwie den letzten Bescheidern brauchen. Ja, ja, warte doch mal, chill, 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 chill. Ich muss aber den letzten! Ach, scheiße, ey, das ist komisch hier. Warte, das lässt mal auf, mach's von oben. Warte. Ich gebe ihn, ne, warte mal, er liegt dort. Was ist denn jetzt? Äh, so, und... Das Ding. Vitium, ey, das ist... Achtung. Internet, sag mal, wie es geht. Scheiße, kann ich noch drauf draufsetzen. Was? Kann ich noch draufsetzen. Kann das ausbrechen? Kann das ausbrechen? Bricht er aus? Er ist da drinne, oder? Ja, er ist da drinne. Und er bricht auch nicht aus. Kannst ihn jetzt easy killen. Hä, wo ist denn die Liste, ey? Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Mein Hammer ist weg. Ähm. Wo ist mein Hammer? Ähm. Öh. Ja, da.